Palio Hacks, Folge 109, Polymutevelides, durch effektives Krafttraining zur Traumfigur. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Im Jahr 1993 entschied sich mein heutiger Interviewgast dazu, sein Leben komplett zu verändern. Damals als 15-Jähriger brachte er 43 Kilogramm auf die Waage und entschloss sich, diesem Desaster mit Krafttraining den Kampf anzusagen. Und nur ein Jahr später wog er schon beschauliche 59 Kilogramm. Wie sich sein Weg mit dem Fitnesssport entwickelt hat, das erzählt er uns heute und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen in meiner Show, lieber Poly. Hallo, ich grüße dich Sascha. Ich freue mich heute hier zu sein. Mich freut es auch, dass du dabei bist, denn du bist der Erste in meinem Podcast, der so sehr stark fokussiert ist auf das Thema Krafttraining, Body Transformation, Bodybuilding. Das ist eigentlich nicht so die klassische Sparte, in der ich mich bewege. Deswegen haben wir im Vorgespräch schon uns entschieden dazu, wenn wir jetzt gleich ein bisschen über dich gesprochen haben, das Ganze so in diese Richtung zu führen. Wie kann man zum Beispiel seinen Körperfettanteil reduzieren durch Kraftsport? Wie kann man sich definieren? Wie kann man überhaupt einfach ein bisschen netter aussehen? Wie der Marc Masl immer sagt, nackt gut aussehen. Und dass wir so ein bisschen in diese Richtung gehen, weil das ist ja ein Thema, davon habe ich nicht so viel Ahnung. Ich kämpfe ja immer selbst noch an meiner eigenen Figur und deswegen habe ich mir den Poly heute eingeladen, der im Übrigen mit Nachnamen Motivilides heißt. Und wir uns das mal gespart haben, weil es ist so schwierig auszusprechen. Aber bevor wir darauf eingehen, warum du so heißt und wo du genau herkommst, die klassische Frage, die ich immer am Anfang stelle. Nämlich stell dir vor, du bist auf einer Grillparty und diesmal bist du in Kastrop-Rauxel eingeladen. Das ist bei dir um die Ecke, das weiß ich. Und genauso wie Sprockhöfel. Und du stehst da so im Muscle-Shirt und da kommt einer zu dir und sagt, hey Poli, gut schaust du aus. Was machst denn du so beruflich? Was erzählst du dem dann? Ja, also in der Regel ist es halt tatsächlich so, dass die Leute mich dann halt fragen, hey, was machst du denn so? Und ich sage den Leuten halt, dass ich halt Menschen dabei helfe, halt quasi ohne Umwege, ohne die Einbahnstraße oder ohne den unnötigen, wie sagt man, Schotterweg zu nehmen, halt eben in einem sportlichen, gesunden Körper zum Traum, in einem sportlichen, gesunden Körper zum Traumkörper kommen. Also meine Grundaufgabe ist es einfach im Personal Training halt Menschen dabei zu helfen, auf direktem Wege zur Traumfigur zu kommen, ohne diese ganzen Diäten durchzuziehen, ohne die unnötigen Übungen im Fitnessstudio zu machen oder ohne die grundsätzlichen Fehler zu machen, die halt eben die meisten dann auch leider machen, wenn sie dann starten. Okay, bevor wir auf die Fehler eingehen, weil das ist ja immer das Wichtigste, Fehler zu vermeiden, das wollen ja eigentlich meine ganzen Hörer so ein bisschen lernen, wenn sie hier einschalten, welche Fehler mache ich vielleicht, wie kann ich sie vermeiden? Dann möchte ich gerne erst nochmal kurz über den 15-jährigen Poli sprechen. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, du warst dünn wie ein Lauch. Ich stelle mir jetzt gerade so eine grüne Lauchstange vor, die dein Gesicht hat, ja, also das fand ich schon sehr lustig, den Vergleich. Wie war das damals? Ich meine, wie hast du überhaupt selbst an dir festgestellt, dass du eigentlich zu dürr bist und irgendwie so optisch nichts darstellst und willst irgendwie mehr werden? Wie kam das bei dir? Ja, also ich weiß noch, dass wir, ich habe mit meiner Mutter, ich war beim Kinderarzt und ich habe dann das Gespräch mitgehört, was mein Kinderarzt dann zu meiner Mutter sagte und er sagte dann halt, sie müssen gucken, ihr Kind ist stark untergewichtig und wenn das so weitergeht, dann werden auch Mangelerscheinungen auftreten und er wird sich in der Pubertät nicht so weiterentwickeln, wie ein 15-Jähriger das tun sollte, was auch mit einer vermiederten Leistungsfähigkeit einhergehen könnte, schulische Leistungen, die dann entsprechend nicht mehr so wären, wie sie aktuell halt sind oder auch sportlich natürlich entsprechend nicht so sich entwickeln könnte, wie halt normale 15-Jährige. Man darf jetzt nicht vergessen, ich hatte mit 15 Jahren war ich, ich glaube 1,60 groß und hatte wie gesagt dann 43 Kilogramm, also starkes Untergewicht, also BMI weit unter 18, ja, was dann natürlich dann tatsächlich dann schon dafür sprechen würde aus heutiger Sicht, dass man einem solchen Jungen dann natürlich dann wirklich ans Herz legt, dass er sich dann mal so ein bisschen betätigen sollte, um dann dem Körpergewicht dann entsprechend halt eben gegenzuwirken und ich weiß nicht mehr, wie es dann dazu kam. Ich kann mich nicht mehr an die Zusammenhänge erinnern, ich weiß nur, dass ich am 19. Februar, das war sechs Tage vor meinem Geburtstag, als ich dann 15 wurde, mit dem Fitnesssport angefangen habe, nachts, ich weiß noch, da lief im Fernsehen, lief glaube ich, guck mal wer da spricht oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau und ich hatte dann so Handeln unterm Bett liegen, die hatte ich mir, ich glaube auch dann zwei, drei Wochen vorher sogar gekauft oder meine Mutter hatte mir die geschenkt, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war und die habe ich dann hervorgezogen, und habe dann halt so Übungen gemacht, wo ich so dachte, das wären so Krafttrainingsübungen und ich habe dann Also einfach ohne Vorlage einfach mal so die Handeln bewegt? Ich habe dann einfach nur Gewichte bewegt, ohne Vorlage, vertikal die Hand nach oben und nach unten gebracht und ich habe dann, ich glaube, ich habe dann irgendwie eine Stunde lang Bizep-Curls oder so gemacht. Ja, da konntest du auf jeden Fall die Fernbedienung gut in die Hand nehmen, danach. Ja, es war so, ich hatte, also ich hatte natürlich schon, ich habe damals als 15-Jähriger war so auch das, ja so dieses klassische Vorbild, so dieser Arnold Schwarzenegger, das Vorbild für mich überhaupt und ich habe natürlich da auch so ein paar Filme geguckt, also ich habe dann, weiß ich nicht, eine Stunde lang, glaube ich, trainiert und habe dann halt Liegestütz gemacht und halt, wie gesagt, Bizep-Curls gemacht, ich habe, glaube ich, sogar Kniebeugen irgendwie gemacht oder ich glaube sogar Sit-Ups oder sowas, aber wirklich halt so ohne Sinn und Verstand einfach nur drauf los. Und dann weiß ich noch, habe ich mir, habe ich in dieser Nacht auch so einen Tick gekriegt, dass ich sagte, Milch macht ja stark, Milch soll ja stark machen, das Beste aus der Milch, wie man immer so hört und dann habe ich irgendwie, glaube ich, nach dem Training noch zwei Liter Milch getrunken und am nächsten Tag habe ich so gedacht, boah, das war toll, das mache ich jetzt jeden Tag. Jeden Tag zwei Liter Milch, das hast du hoffentlich nicht gemacht. Ich habe jeden Tag sogar drei oder vier Liter Milch getrunken, ich glaube, meine Mutter, ich bin ja froh, dass ich keinen Durchfall bekommen habe, meine Mutter hat dann irgendwie, glaube ich, alle drei, vier Tage dann so ein, so ein Zwölferpack gekauft im Supermarkt, um mich dann mit Milch zu versorgen. Ja, und das ging dann irgendwie, glaube ich, noch so, boah, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Monate lang, dass ich wirklich jeden Tag irgendwie was gemacht habe, hat mir dann so ein erstes Trainingsprogramm geschrieben, wo dann Liegestütz drauf war und ich habe dann für jeden Satz quasi einen Strich gemacht. Und ich weiß dann, dass ich dann nach so zwei, drei Monaten mal durchguckt habe und habe dann gesehen, dass ich halt wirklich so hinter jedem, der jeder Übung waren irgendwie so 20 Striche. Du kannst also vorstellen, wie viele Sätze ich dann in so einem Training gemacht habe, aber bei wie vielen Übungen. Und dann habe ich dann so angefangen, dann so die ganzen Magazine zu lesen. Ich weiß nicht, was gab es damals alles, Fitness, Muscle & Fitness, Sportreview und sowas halt alles. Aber diese 20 Sätze, was hat das bei dir bewirkt? Hast du wirklich was bei dir gesehen? Weil man kann ja auch verdammt viel falsch machen bei so einer Übung. Selbst bei einer Liegestütze kann man ja so viel falsch machen, dass man eher nur Kater hat, also Muskelkater hat, statt dass man was aufbaut. Oder warst du so ein Henfterling, dass bei dir jede Art von Betätigung geholfen hätte? Genau, ich war so ein Henfterling. Ich war ein Lauch mit quasi einem Gesicht von mir, wie du das geil erklärt hast eben, finde ich gut. Ich weiß noch, dass meine Großeltern immer sagten, wenn es irgendwie stürmisch war draußen, da sagten die immer, pass auf, dass du nicht wegfliegst, halt dich irgendwo fest. Oh, gemein, oder? Ja, ich habe das jetzt, ich fand das immer irgendwie schön, immer witzig, dass meine, oder meine Mama hat das auch immer gesagt, pass auf, dass du nicht, wenn irgendwie der Wind kommt, hält sich irgendwo fest, dass du nicht wegfliegst. Und das war aber leider auch so, auch mein Glaubenssatz damals. Also ich muss wirklich sagen, mein Glaubenssatz war, darüber haben wir im Vorgespräch schon gesprochen, ich war einfach sehr, sehr dünn und das habe ich auch der Welt so suggeriert, dass ich halt dünn bin, dass ich ein schwaches Selbstbewusstsein habe und alles. Und wenn ich jetzt diesen 19. Februar 1993 sehe, dann ist das so der Scheidepunkt gewesen, der quasi, wie soll ich sagen, so ein Davor und Dahinter macht. Also quasi Davor und Dahinter eben quasi entwickelt, als wenn ich nur durch eine Wand gucke und vor der Wand war ich halt eben der 15-Jährige und hinter der Wand war ich dann halt wirklich der Mensch, der dann halt eben sein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Und ich habe mittlerweile, ich habe immer wieder natürlich auch junge Leute im Training und auch viele Einsteiger im Training und ich sage denen halt immer, du kannst eigentlich machen, was du willst, du wirst immer Erfolg haben. Mit dem schlechtesten Trainingsprogramm, mit der schlechtesten Ernährungsstrategie wirst du als Anfänger Erfolg haben, weil das war bei mir genauso. Ich habe wirklich Übungen gemacht, die würde ich wahrscheinlich heute direkt korrigieren. Ich weiß noch, dass ich auf einem Knautschsofa vorgebrachtes Rudern gemacht habe mit der Kurzhantel. Das Knautschsofa war quasi so stabil, wie halt ein Knautschsofa sein kann, heißt also Rückenstabilität oder Stabilität überhaupt meiner Übung war da nicht unbedingt gegeben. Und wenn ich das so sehe, was ich da an Fortschritten gemacht habe, ich sage ja innerhalb von einem Jahr 16 Kilo zugenommen, was tatsächlich wahrscheinlich 80 Prozent Muskelmasse war, dann denke ich mir, was ich damals an Fortschritten gesehen habe, Woche für Woche tatsächlich, das war phänomenal. Und ich wünsche mich manchmal wieder dahin zurück, dass ich mal nur mal solche Fortschritte machen kann. Und die Sache ist wirklich die, ich konnte die Übung machen, wie ich wollte. Ich habe die auch schlecht gemacht. Ich hatte auch sogar, ich weiß noch, im ersten Jahr hatte ich sogar zwischen euch Rückenschmerzen irgendwann mal, wo ich dann dachte, ich muss jetzt mal langsam ein Fachbuch in die Hand nehmen und mal gucken, wie dann so eine Übung wirklich richtig gemacht wird. Und habe dann wirklich gemerkt, dass ich vieles falsch gemacht habe und dann daraus gelernt habe. Und dann halt eben, ja auch dann, ich glaube, sechs Jahre später meine erste B-Lizenz gemacht habe. Das war einfach so. Also du konntest machen, was du wolltest als 15-Jähriger mit 43 Kilo. Du hast immer Erfolg gehabt. Immer. Jetzt ist das natürlich klar, wenn du null Muskeln hast, also wirklich total dürr bist, dann ist ja allein die regelmäßige Bewegung der Muskulatur schon unglaublich effektiv. Du hättest wahrscheinlich jeden Tag joggen gehen können und hättest auch locker vier, fünf Kilo zugelegt an Muskelmasse. Allein in den Beinen wahrscheinlich. Aber es zeigt halt, wenn man untergewichtig ist, das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen da draußen sind. Obwohl, ich habe eine Statistik darüber, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber gerade die Teenager zwischen 12 und 18 oder zwischen 11 und 18 sind stark untergewichtig. Also es gibt natürlich auch eine große Anzahl an Übergewichtigen und das ist das Traurige. Es gibt kaum noch in Anführungsstrichen Normalgewichtige bei den Teenager. Die sind entweder zu fett, sage ich jetzt mal so direkt, oder sie sind teilweise zu dünn, weil sie irgendeinem Magertrend hinterherlaufen. Und bei dir war es halt jetzt anders. Wahrscheinlich hast du einfach auch eine krasse Verbrennung gehabt und dann hast du auch aus Lust oder keiner Lust nichts gegessen, weil du es vergessen hast. Und dann, als du angefangen hast mit der Milch, und das kann man der Milch ja auf keinen Fall vorwerfen, dass sie ein nährstoffarmes Produkt ist. Es hat natürlich viele, viele negative Wirkungen, deswegen wird sie in der Palioernährung auch konsequent ausgeschlossen. Aber sie hat dann auch ein, zwei positive Dinge, nämlich sie ist nährstoffreich, erst mal von den weniger problematischen Nährstoffen und vor allem eiweißreich. Und das hat wahrscheinlich bei dir auch dazu geführt, dass du auch Muskelmasse aufbauen konntest, weil auch wieder Baumaterial da war. Und bei drei Liter Milch kam einiges zusammen. Ja, das ist ja, ich denke auch, dass die Milch mich auch natürlich in gewissem Maße fett gemacht hat, weil ich einfach, wenn ich auf drei, auf 100 Milliliter Milch rechne, irgendwie, ich glaube, vier Gramm Kohlenhydrat auch drin sind, die dann entsprechend ja auch dann wieder als Energieträger dann halt eben im Körper verfügbar waren. Ich glaube, das war, das hat halt viel dafür gesprochen, dass einfach damals alles funktioniert hat. Und was für mich der ausschlaggebende Punkt war, dass ich am Ball geblieben bin, war aber dann zum Schluss nicht nur, dass ich einfach dann halt gesehen habe, dass ich halt, dass mein Körper sich optisch verändert hat, sondern auch wie sich mein Denken transformiert hat. Und das war ja eigentlich für mich der Grund überhaupt anzufangen. Ich weiß noch, dass ich mit 15 Jahren, wenn es um Sportunterricht ging, habe ich unheimliche Magenschmerzen bekommen, wenn es dann so langsam auf die Sportstunde zuging, weil ich halt wusste, das ist halt die Stunde des Tages oder die Stunde der Woche, wenn es ein oder zweimal die Woche Sport gab, wo ich mich komplett blamiere, wo ich richtig Angst davor habe. Oder Angst davor habe, dann beim Lehrer vornstehen zu müssen, irgendwas vorzutunen oder irgendwas machen zu müssen, was ich vielleicht wieder nicht kann, weil ich einfach unsportlich war. Ich war halt also nicht nur dünn, sondern ich war auch einfach unsportlich. Und wenn du dir das vorstellst als Kind, ich kenne es halt auch mittlerweile, wenn ich dann so junge Leute sehe, die einfach sehr, sehr dünn sind und die ein schwaches Selbstbewusstsein haben oder vielleicht den Kopf nach unten tragen, dann sehe ich mich immer wieder in dieser Position zurück und denke so, wie schlimm das eigentlich war für mich als Kind. Ich hatte ein tolles Elternhaus, ich bin nicht groß gehänselt worden, ich bin auch nie groß verprügelt worden. Das kam natürlich vor und es war natürlich auch so, dass ich schon verarscht worden bin wegen meines Gewichtes, aber die reine Angst dann auch halt eben zu versagen, das war für mich dann auch so ein Thema, was glaube ich auch für meine Disziplin dann auch irgendwann letztendlich wieder gesprochen hat. Weil ich einfach, ich sage ja, die ersten sieben Monate habe ich glaube ich fast jeden Tag trainiert und ich habe mich einfach ganz anders gefühlt. Also der Unterschied, der war einfach geistig halt eben richtig spürbar, nicht nur, dass ich halt eben stärker wurde und dann ein Jahr später dann einer der stärksten in der Klasse war in der Stufe. Das war damals die, ich glaube die neun, die neun war das genau, war ich dann am Ende des Jahres der stärksten in der Stufe und das war, das muss man sich dann vorstellen als 15-Jähriger halt eben dann so eine Transformation durchzumachen quasi von über Nacht. Ich habe das auch nie einem erzählt, dass ich das tue, habe das dann verheimlicht, weil ich nicht wollte, dass jemand das weiß. Das hat für mich geistig unheimlich viel bewirkt. Also vor dem Ganzen war ich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, sehr zurückgezogen, introvertiert und nach dem Ganzen bin ich auf Menschen zugegangen oder konnte Menschen auch helfen, habe Leuten geholfen wirklich, die dann in einer ähnlichen Situation waren wie ich damals. Und das hat viel gemacht bei mir als Teenager, also gerade so das Leben total zu verändern, weil man einfach was gefunden hat, wo man einfach Herzblut für investieren kann, wo man auch ein Guter sein kann, ja. War das denn bei dir hauptsächlich dadurch zu erklären, dass du im Spiegel geschaut hast und gesagt hast, wow, ich habe mich schon ziemlich cool entwickelt. Ich bin nicht mehr der dürre Typ, ich gehöre jetzt mit zu den Normalgewichtigen, aber ich sehe definiert aus, ich sehe kräftig und sportlich aus. Ich habe Muckis, was ja gerade für Jungs zwischen 15 und 20 wichtig ist, ja, wie sehe ich aus, vor allem um auch bei den Mädels ein bisschen imponieren zu können, muss man natürlich muskulös sein und gerade, deswegen gehen ja viele auch dann ins Fitnessstudio. Hat dir das geholfen, dein Selbstbewusstsein auch mehr an den Markt zu tragen, also dich selbst zu sehen, dass was passiert ist oder meinst du, das sind einfach bestimmte Hormone, die dann durchs Trainieren dir mehr Selbstbewusstsein gegeben haben, weil du einfach auch produktiver warst? Ne, also ich glaube natürlich, klar, natürlich habe ich mein Testosteron wahrscheinlich hochgetrieben ohne Ende, das steht außer Frage, das ist ganz klar bei täglichem Training, aber es hat mich einfach angespornt, also ich habe wirklich, du musst dir das vorstellen, ich habe mich innerhalb von sieben Tagen optisch wieder verändert, immer wieder, immer wieder und das ging immer weiter, das war quasi unendlich. Also wenn man sich das so vorstellt, ich habe dann ausgerechnet, wenn ich dann so weiter aufbaue, wäre ich dann mit 1850 Kilo schwer, weißt du, also im Vergleich einfach mal, dass man dann wirklich sieht, ich habe jede Woche die Veränderung gesehen und das hat die Optik halt gebracht, was dann auch mir dann auch von außen auch so zugetragen wurde, auch von Mädels beispielsweise, dass Mädels mich dann im Sportunterricht ganz anders angeguckt haben plötzlich oder dass ich dann beispielsweise nicht als Letzter in die Fußballmannschaft gewählt worden bin, sondern vielleicht sogar als Erster, das war total geil, also mit 15 war es so, ich bin dann immer in die Fußballmannschaft, wo da... Ich war immer Letzter, by the way. Ich war immer Letzter und der Lehrer musste mich dann zuordnen und die Jungs und Mädels, wo ich dann halt zu musste, die waren immer total beleidigt, dass ich dann da mitgespielt habe, weil ich die meisten Eigentore geschossen habe und ja, wirklich, das hat mir richtig... Es sah gut aus, aber du konntest keinen Fußball spielen. Nee, das war noch vor der Zeit, vor ich dann... Achso, okay. Und wenn du dann, wenn ich dann ein Jahr weiter denke, bin ich als Erster in die Fußballmannschaft gewählt worden, weil ich halt einer der Stärksten war halt, weil ich halt einfach dann auch mich auch komischerweise auch für solche Sportarten mehr interessiert habe. Ich wollte dann auch in solchen Sportarten besser werden, was total komisch war, ich bin kein Teamsportler, ich war nie jemand, der im Team gewinnen will, sondern der alleine für sich gewinnen wollte, das war ich immer. Aber ich habe dann auch immer ein Interesse an Fußball gehabt, weil ich einfach dachte, Fußball ist auch Sport und das gehört auch dazu. Und das war geil, wenn du dann halt so siehst, der Fünftenjährige, der halt wirklich so ein kleines Häufchen Elend ist und so ein Mauerblümchen sozusagen, den keiner sieht, so eine graue Maus und der dann plötzlich ein Jahr später komplett, ja, bei den Mädels ankommt, bei den Jungs irgendwie für Aufsehen sorgen kann, weil er einfach beispielsweise im Armdrückwettbewerb der Beste war. Ja, doof ist aber irgendwie, wir waren halt Kinder und das ist was Besonderes und das hat mich immer wieder angesprochen und das war halt das erste Jahr mit Krafttraining und das hat einfach mein Leben total verändert. Und jetzt ist es eine ganz wichtige Botschaft und deswegen will ich da jetzt mal gerade einhaken, denn natürlich die meisten, die meinen Podcast hören, kommen leider, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aus der anderen Richtung. Das heißt, sie haben nicht das Luxusproblem, obwohl das auch schwierig ist, aus dem Untergewicht rauszukommen, sondern die haben das für sich gefühlt größere Problem, nämlich Übergewicht und wollen da rauskommen. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich nach dieser kurzen Phase oder Erklärung dann auch darin hin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zum Fettabbau. Aber es ist wichtig, dass die, die da draußen, die jungen Leute, die diesen Podcast vielleicht hören oder wo die Eltern ihn hören und wo sie ein Kidshaus haben, das vielleicht ähnlich in deiner Situation ist und nur gehänselt und geärgert wird oder einfach auch das Gefühl hat, ich stelle nichts dar. Da ist diese Botschaft ganz wichtig, dass man sehr viel mit wenig bis gar keiner Ahnung erreichen kann, wenn man nur am Ball bleibt und an sich selbst glaubt und von sich selbst überzeugt ist, dass man was verändern und was bewegen kann. Dann können auch mittelrichtige Bizeps Curls und schlecht ausgeführte Push-Ups dazu beitragen, dass man trotzdem irgendwann einen Schritt vorankommt. Und ganz wichtig, dass auch kleine Schritte sichtbar sind und das gilt für alle da draußen, auch die, die abnehmen wollen, dass wenn ich mich mit Kraftsport beschäftige und wir werden da gleich drauf eingehen, ich meine jetzt nicht, wie du das betrieben hast, also weltmeisterlich, sondern wirklich das, was jeder zu Hause machen kann oder im Fitnessstudio, wenn er das lieber will, dass man damit was erreichen kann, wenn man sich an die Regeln hält, das heißt bestimmte Dinge einhält, ein bisschen auf die Ernährung achtet und konsequent bei der Sache bleibt. Dass man nicht denkt, oh mit Kraftsport, da brauche ich ja fünf, sechs, sieben Jahre. Klar, wenn du aussehen willst wie der Poli, dann brauchst du wahrscheinlich so lang, aber wenn du einen guten, transformierten und schönen athletischen Körper haben willst, brauchst du dafür keine 20 oder 10 Jahre. Und das ist die Botschaft, die ich dahinter gehört habe, was man in einem Jahr schon erreichen kann. Ja, das ist schon ganz spannend. Auf jeden Fall. Und ich muss dazu allerdings aber auch wieder sagen, also ich habe Klienten, die halt eben ähnlich wie ich im Untergewicht sind und dann halt eben Muskeln aufbauen wollen. Und ich habe natürlich aber auch Klienten, die halt eben vom Übergewicht kommen und dann auf Normalgewicht kommen wollen. Die Sache ist die, dass es grundsätzlich wesentlich einfacher ist, vom Übergewicht in ein Normalgewicht zu kommen, als vom Untergewicht in ein Normalgewicht, weil man keine Muskelmasse hat. Das muss ich auch dazu sagen. Das Problem ist nur an der Sache, dass die Leute, die übergewichtig sind, meistens gar nicht mehr die Zeit haben oder die Zeit aufbringen wollen, dann auch dann das zu investieren. Oder die wollen nicht die Arbeit mitnehmen, die wollen die Wunderpille und die wollen von heute auf morgen so schlank sein. Aber der Mensch, der sich mit Bodybuilding auseinandersetzt, der untergewichtig ist, der weiß, dass das ein Weg ist, wie du gerade schon gesagt hast. Der weiß, dass es, wenn man so aussehen möchte wie ich, dann auch 20 Jahre dauert, um so auszusehen wie ich. Ich bin jetzt seit 25 Jahren am Ball, jetzt im nächsten Jahr. Und ich kann seit 25 Jahren relativ gut meine Figur halten. Aber das ist halt ein langer Weg. Der Übergewichtige, der will diese Zeit gar nicht aufbringen. Der ist dann vielleicht 20 Jahre übergewichtig gewesen, will aber nächstes Jahr schon im Normalgewicht oder im Untergewicht sein. Das ist das Problem. Das ist ein großes Problem, ja, das sehe ich auch so. Aber ich stimme dir auch zu, weil jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Mail gekriegt von jemand, der ein Hardgainer war. Also ein Hardgainer für dich, lieber Hörer, ist jemand, der wirklich Probleme hat zu gainen. Also für den es hart ist, also schwer ist zu gainen, also zuzulegen. Das ist ja heute alles Anglizismen mit Anglizismen versehen. Also Hardgainer sind auf Deutsch gesagt Menschen, die untergewichtig sind oder einfach sehr dünn und schlank aussehen und wollen einfach muskulöser, athletisch oder einfach voluminöser werden. Also ein bisschen mehr Gewicht zulegen. Jetzt sagen die Übergewichtigen unter euch da draußen, ja, das ist ja ein Luxusproblem. Aber der Pulli hat schon recht, das ist nicht einfach. Und ich habe dann auch oft das Problem, was empfehle ich den Leuten? Natürlich kann ich sagen, Eiweißmenge erhöhen, weil Protein hilft immer Muskeln aufzubauen. Ich sage den Leuten auch, ihr müsst fettbetont und eiweißbetont euch ernähren, einfach um dem Körper sehr dichte Energie zuzuführen, ohne dass ich unendliche Massen essen muss. Umgekehrt bei Leuten, die abnehmen wollen, empfehle ich genau das Gleiche, interessanterweise. Und ich gebe dann aber meistens noch Volumen hinzu, indem ich sage, okay, Ballaststoffe helfen dir, den Magen zu füllen und weniger Appetit zu haben, vor allem kombiniert mit guten Fetten und Eiweißen. Aber der Weg ist der gleiche, weil das Gewicht normalisiert sich. Deswegen würde ich es so formulieren, Pulli, wenn du mir so stimmst. Es geht nicht darum, zuzunehmen oder abzunehmen, sondern sein Gewicht entsprechend seiner eigenen genetischen Veranlagung, in Anführungsstrichen, seiner körperlichen Verfassung oder Konstitution zu normalisieren, also in Balance zu bringen. Weil wenn ich mir jetzt einen Pulli angucke, würde ich sagen, der ist so ziemlich richtig in der Balance. Natürlich ist er definiert und alles, aber er hat jetzt nicht irgendwo zu viel, wo nichts hingehört und irgendwo extrem wenig, wo es eigentlich hingehört. Das ist das, was ich sage. Also abnehmen, zunehmen hat eigentlich immer das gleiche Ziel und dann komme ich zum Punkt, denn die Balance herzustellen. Genau, richtig. Und das ist genau der Punkt. Und das ist immer wieder, ich sitze im Interview, ich sitze im Kennenlerngespräch mit neuen Klienten, die dann zu mir kommen und es ist immer wieder der gleiche Faktor. Aber die Leute, die untergewichtig sind und die auch dann halt eben ihre Balance finden wollen von unten hoch, die wissen, dass es halt Zeit kostet und die Leute, die von oben runter wollen, um die Balance zu finden, wie du es halt ausdrückst, die haben keine Zeit. Das ist immer wieder das, was mich auch immer wieder so ein bisschen frustriert, wenn ich dann halt eben dann so eine Timeline vormale, wo es dann beispielsweise darum geht, das kannst du in einem Monat schaffen, das kannst du in einem Jahr schaffen. Und wo dann gesagt wird, also in einem Monat zwei Kilo Fett zu verlieren, das ist aber total wenig. Ich will in einem Monat mindestens zehn Kilo verlieren. Ja, klar. Und ich bin aber nicht, ich bin nicht der Wunderpillen-Professor. Ich möchte auch den Leuten zeigen, alle Klienten, die ich begleite, die wissen, dass sie für ihre Ziele einstehen müssen und dass sie, wenn sie was erreichen wollen, dafür arbeiten müssen. Ich will das auch gar nicht beschönigen. Du musst dafür hart an dir arbeiten und du musst Disziplin und Willenskraft aufbringen, um das Ziel zu erreichen. Anders geht es halt einfach nicht. Ich kann dir den besten Ernährungsplan schreiben, die besten Supplements empfehlen und den besten Trainingsplan schreiben, wenn du das alles nur halbherzig machst. Du musst mit vollem Einsatz reingehen, um wirklich messbare, sichtbare Erfolge zu erreichen. Alles andere wäre gelogen und das will ich nicht. Ich will meine Klienten nicht belügen, indem ich sage, ja, 40 Kilo in einem halben Jahr, das schaffen wir locker. Das würde ich auch gar nicht wollen, weil ich es auf die gesunde Art und Weise möchte und muss. Ja, und das schaffst du eigentlich nur mit einer radikalen Reduktionsdiät und wir wissen ja alle, was danach wartet. Richtig, genau. Das ist genau der Punkt. Poli, dann warst du irgendwann bis aus der Schule gekommen. Jetzt ist natürlich wichtig, wie kommt man zum Bodybuilding? Weil das ist ja nochmal ein langer Weg. Das heißt, du hast dann irgendwann gesehen, das brennt bei dir, du findest es total gut, du willst es halt auch mehr machen als nur für dich selbst, also jetzt nur, um einfach mal so nett auszusehen, sondern du willst der Welt da draußen auch zeigen, wie dein Körper aussehen kann, wenn du 150 Prozent gibst. Wie bist du dann zum Bodybuilding gekommen? Ich meine, da kommt jetzt nicht jeder morgens nach dem Frühstück auf die Idee, ich werde jetzt Bodybuilder. Vor allem, du bist dreifacher Weltmeister. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Also es war so, dass ich dann meine Mutter angebettelt habe, ich glaube ein Jahr lang fast, mich dann doch im Fitnessstudio anmelden zu dürfen. Und als ich dann 16 wurde, also am 25.02.1994 habe ich dann das erste Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen, wo ich dann auch vermessen worden bin und einen Krafttest gemacht habe und das ganze Zeug. Was dann eben dazugehört, damals war das ja noch relativ spartanisch mit einem Krafttest und eine Anamnese war dann halt eben, weiß nicht, die Körperumfangdaten hat der, glaube ich, aufgenommen, der Trainer damals und hat dann, glaube ich, Beinpresse, einen Krafttest gemacht. Ich glaube, Bankdrücken war dann ein Test, also Brustpresse und noch irgendwie eine Bauchübung. Und auch das war wieder irgendwie, dass ich an dem Tag da war, ich war da, ich war so heiß, ich wollte dem Trainer zeigen, was ich schon kann mit meinen 16 Jahren. Weil ich habe ihm erzählt, ich trainiere schon ein Jahr und ich habe dann das und das und er guckte immer so ganz neutral, ja, wir gucken gleich mal, ja, ja. Und das war dann auch für mich so, wo dann so dieser Siegeswille, ja. Ja, wir gucken mal. Ja, genau, einfach so. Und du so, nein, nein, nee, du musst da ganz genau hingucken. Genau, ja, genau, genau, das war so und da war so dieser Wille zu siegen schon in mir irgendwie verwurzelt, so dieses Gehen einfach, das man hat, wenn man dann rausgeht und will der Welt zeigen, was man kann. Und das war für mich auch wieder so ein Tag, wo sich mein Leben wieder von Grund auf verändert hat, weil es hat dann ungefähr nur ein halbes Jahr gedauert. Und dann kamen dann erste Leute zu mir und sagten mir dann, ja, da war ich 16, da war ich, weiß nicht, vielleicht 65 Kilo schwer oder sowas. Da sagten Leute dann zu mir, Mensch, also du hast echt eine tolle Genetik, vielleicht solltest du mal irgendwie drüber nachdenken, mal vielleicht das mal ein bisschen professioneller zu machen. Und ich habe da, damals habe ich da keinen Plan von gehabt. Da sag ich, was ist denn, was wäre denn professioneller in der Hinsicht? Und dann hatte mir dann einer dann halt dann auch die Sportreview empfohlen. Ich glaube, die habe ich sogar erst ein Jahr später angefangen zu lesen. Ja, genau, die Sportreview habe ich dann gelesen. Das war dann so zum Schluss, wo ich dann das erste Jahr Bodybuilding hatte zu Hause. Und dann habe ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr später die Sportreview gelesen und habe dann so Bodybuilder gesehen hier. Damals war das so, das waren so die 90er, Flex Wheeler, Dorian Yates, Andreas Münzer, solche Leute. Und ich habe dann gesagt, boah, das will ich auch, ich will auch so aussehen wie die. Und mir war ja damals gar nicht klar, was das für Konsequenzen hätte, dann tatsächlich so aussehen zu können wie diese Menschen da in diesem Magazin. Ich war da sehr blauäugig und habe auch dann erst später dann von Dingen gelesen, die man dann halt aus heutiger Sicht im Sport dann nicht verwenden darf. Und da bin ich einfach mit dem Glauben an die Sache ran, dass diese Menschen das auch alles so geschafft haben, wie ich das jetzt geschafft habe. Und ich bin dann einfach Tag für Tag wirklich mit dem Glauben aufgestanden. Poli, du willst aussehen wie Dorian Yates oder du willst aussehen wie Flex Wheeler, weil Flex Wheeler ist ein absolutes Vorbild. Das ist die Perfektion in Ästhetik pur und du willst auch so aussehen. Flex Wheeler trainiert, ich habe glaube ich zu dem Zeitpunkt, hat Flex Wheeler glaube ich 15 Jahre trainiert. Und da habe ich gesagt, Poli, in 14 Jahren wirst du aussehen wie Flex Wheeler, also du trainier weiter. Ja, das war für mich so der Punkt, wo man so ein bisschen blauäugig sein darf, glaube ich, weil man einfach so diese Visionen nicht verliert. Und ich sehe das immer bei Kindern, bei so vier- oder fünfjährigen Kindern, die halt mit ihren Freunden sprechen, die man aber gar nicht sehen kann. Die Kinder, die lassen sich ihre Träume aber gar nicht zerquatschen, so wie wir das eigentlich machen heutzutage. Weißt du, wie ich meine? Das ist der Punkt. Man war damals, ich habe Visionen gehabt und ich wusste gar nicht, dass das gar nicht geht. Das war mir ja gar nicht klar, also habe ich an der Vision festgehalten. Das Hummelbeispiel, das ist das Hummelbeispiel. Das ist das absolut beste Beispiel. Die Hummel, die eigentlich gar nicht fliegen kann, die weiß es gar nicht. Und das finde ich halt geil, das hat mich damals wirklich beflügelt. Erst als ich dann 18, 19 wurde, war mir klar, dass das vielleicht gar nicht realisierbar ist, so aussehen wie ein Dorian Yates oder wie ein Flex Wheeler. Ohne, dass du da irgendwas benutzt, was offiziell nicht auf der Kölner Liste steht. Genau, richtig, genau, das war der Punkt. Und das war, glaube ich, ganz wichtig damals. Dann einfach so dieses, ja, dieses Wissen nicht zu besitzen. Einfach mal machen. Genau, einfach machen und mal gucken, was passiert, weil es hat ja, ist ja viel passiert in der Zeit. Und ich weiß dann, dass ich dann mit 17 tatsächlich mich dann in der Sport und Fitness, habe ich dann so einen Artikel gelesen, wo es um eine NRW-Meisterschaft ging. Ja, und dann habe ich dann einfach da mal angerufen, habe mal gefragt, ja, hallo, hier ist der Poli, ich will NRW-Meister werden. Dann, was muss ich dafür machen? Und dann wurde auf der anderen Seite halt gelacht. Sehr geil. Ich war da ja 17 Jahre alt. Und dann hat er dann gesagt, ja, komm mal rum, komm mal zu mir ins Studio. Das war damals der Dirk Kau, das war in Bornheim. Wenn ich das sagen darf. Du darfst alle sagen. Sport Treffmärten. Meine Show. Genau, Sport Treffmärten, der hat mich da gesehen. Und er sagte dann, okay, dann machst du einfach mal bei der NRW-Wahl bei den Junioren mit. Und jetzt darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt mit 17 hatte ich, glaube ich, ich glaube so 74 Kilogramm. Und habe dann gesagt, okay, für so eine Meisterschaft, da muss man sich ja runterdiäten. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Auch das habe ich halt natürlich nicht gewusst. Ja, also ich bin auch, ich hatte 74 Kilo und ich habe dann in der Zeitung gelesen, ja, die haben so eine Off-Season und eine On-Season. Also die müssen sich für den Wettkampf halt entsprechend vorbereiten und natürlich Körperreduktion, Fettreduktion durchführen, Wasserreduktion und sowas alles durchführen. Und ich habe mich dann quasi wieder auf, ich glaube, 64 Kilo runtergemagert. Und stand dann quasi als 17-Jähriger bei einer NRW mit 64 Kilo da, sah aus wie eine Brechbohne. Ich kann es schlecht erklären. Und habe dann einfach komplett versagt, mal eben so. Ich war Fünfter von vier, würde ich so sagen, bei der NRW damals. Aber auch das, dieser Fail hat mir wieder viel, hat mich wieder viel gelehrt, weil ich einfach danach, nach diesem Wettkampf, wo ich halt wirklich komplett gescheitert bin und ich habe gedacht, ich gewinne da bestimmt, weil ich bin doch so gut und 64 Kilo habe ich jetzt zwar nur noch, aber es reicht bestimmt vollkommen aus, um da Deutscher Meister zu werden. Dieser Fail hat mich wieder dazu geführt, dass ich noch mehr Wissen aufbauen musste, um dann das im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr so zu machen. Okay, wann kam der Durchbruch? Das heißt, bist du dann bei NRW nochmal angetreten oder hast du dann mit den Learnings gleich die deutsche Meisterschaft anvisiert? Genau, ich bin dann, ich habe die NRW gemacht, bin, glaube ich, ich glaube, vierter war ich von fünf. Ich gab also noch jemanden, der tatsächlich nochmal schlechter war als ich, aber der war nur noch schlechter, weil er total fett war. Macht aber nichts. Und dann bin ich, glaube ich, zwei Wochen später dann, oder nee, ich war Dritter bei der NRW und bin dann zur Deutschen gefahren, so war es. Und bin bei der Deutschen dann vierter von fünf geworden, so war es. Okay. So wenige treten da nur an? Das war wirklich, ähm. In der Juniorenklasse? Absolut. Ich glaube, die NRW, da waren insgesamt, wie gesagt, vier auf der Bühne oder fünf auf der Bühne mit mir zusammen. Und bei der Deutschen waren es, glaube ich, sieben in meiner Klasse, meine ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Oder auch tatsächlich fünf von vier, ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Wie viele Jahre hast du dann trainiert, bis du dann einen Erfolg, in Anführungsstrichen, hattest? Ich meine, das waren ja zwei krasse Niederschläge aus deiner Sicht. Absolut. Das waren, das waren so die wichtigsten Fails, um dann halt eben dann auch Größeres anzupeilen, um einfach mehr Wissen anzupeilen. Ähm, ich hab dann ungefähr, also in dem Jahr, das war 96 und bin dann 97 wieder gestartet und hab dann, bin dann komplett wie der Phönix aus der Asche, ähm, bin ich 97 in der Figurklasse gestartet. Die wurde damals eingeführt in dem Jahr, bei der, bei der NABBA war das, das war dann World Fitness Federation, das war das erste Jahr, wo es Figurklassen gab, ähm, auch Juniorenfigurklassen und Männerfigurklassen. Und da bin ich in der Figurklasse, bin ich dann bei der NRW, ich glaube, NRW-Meister geworden, meine ich. Das war dann halt eben unter Bodybuilding, also mit Bodybuilding konnte ich mich immer noch nicht messen, aber Figurklasse hab ich dann, glaube ich, die NRW gewonnen. Und bin dann bei der Deutschen, glaube ich, Vize-Deutscher geworden in der Juniorenfigurklasse. Bin dann auch sogar eingeladen worden für den Mr. World Grand Prix in dem Jahr, das war dann 97 im Herbst, das war sogar bei Eurosport und da war ich dann unter den besten 40, glaube ich, von wie viel. Was ja schon ziemlich, was ja schon ziemlich gut ist. Was geil war, was, 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 was mir ganz andere Perspektiven eröffnet hat. Ja klar, aber zum, zum Weltmeister ist ja dann auch mal ein ganz langer Weg, oder? Richtig, genau. Ich bin dann 1997, hab ich dann halt die Saison quasi als neuer, neuer Sportler beendet sozusagen. Ich stand auf einer, auf einer, auf einer internationalen Bühne bei der Mr. World. Ich war im Fernsehen, ich hab mich sogar im Fernsehen gesehen, ich weiß noch, wo dann die, wo Eurosport dann hinter den Fulissen stand und mich dann auch gefilmt hat. Ich glaube, die haben mich sogar interviewt, weil ich einer der jüngsten Teilnehmer war an dem Tag. Und ich hab dann, ich glaube, ein Jahr komplett pausiert mit Wettkämpfen und bin dann 99, bin ich dann wieder gestartet. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 82 Kilo bei einem Fettanteil von, ich weiß nicht, sechs oder sieben Prozent vielleicht als Junior. Okay. Das war dann schon relativ gut. Dann bin ich dann zur FIBO gefahren. Also FIBO war damals der, die Möglichkeit, ich durfte als Teilnehmer der Mr. World, durfte ich dann direkt zur FIBO. Und bei der FIBO, bei Mr. Germany mitmachen. Also FIBO nochmal für alle, die das nicht wissen, das ist diese Fitnessmesse in Köln. Genau. Und da gehen halt die ganzen Leute hin, gucken, was gibt es für Lifestyle-Trends oder Fitness-Trends am Markt. Die ist jedes Jahr eigentlich immer sehr beliebt. Und ja, gut, die gab es auch zu der Zeit natürlich schon. Genau. Da bin ich zur FIBO gefahren, durfte auf der FIBO dann als Junior auch starten. Also ganz klassisch Juniorfigur war das damals. Ich glaube Juniorfigurleistung, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Und dann habe ich dann mal so in einem Rutsch an einem Nachmittag die FIBO gewonnen vor ungefähr 6.000 Zuschauern, was mein bis dato größter Wettkampf überhaupt war. Und bin dann vier Wochen später zur WM geflogen, nach Griechenland das erste Mal als Junior. Okay. In deiner Heimat. In meiner Heimat, wo ich vom griechischen Fernsehen interviewt worden bin und wo ich kein Wort Griechisch gesprochen habe. Und die sagten, was bist denn du für ein Grieche? Weil ich nur mit dem Englisch gesprochen habe. Ein Quoten-Grieche. Ah, leider war es ganz schön peinlich. Aber ich war danach Weltmeister im Juniorenfigur-Bodybuilding. Okay. Was einfach total geil war. Und das war so der entscheidende Unterschied zu dem Sportler, der ich vorher war. Also danach bin ich durch die Decke geschossen, vom Kopf auf, vom Denken her. Also du musst dir vorstellen, Sascha, du fährst als 19-Jähriger oder ich glaube 20-Jähriger, ich weiß nicht mehr, wie alt war ich denn da, 19 oder 21-Jähriger, fährst du nach Griechenland in deinem letzten Jahr als Junior und wirst dann der Weltmeister. Du musst dir vorstellen, die ganze Welt steht dir offen danach. Du kannst nicht mehr besser werden. Es gibt ja nichts mehr. Du bist der Beste der Welt in dieser Klasse. Und das ist ein geiles Gefühl. Und das hat mir dann einen richtigen Schuss gegeben, um dann halt eben auch weiter daran festzuhalten, an dem, was ich kann und wo ich halt gut drin bin, sehr, sehr gut drin bin, dass ich da ein Weltmeister werden kann. Tja, jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt dreifach, weil du hast es dann noch ein paar Mal wiederholt, wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, du bist insgesamt dreifacher Weltmeister im Figo-Bodybuilding, hast es also noch zweimal hintereinander geschafft. Das haben wir im Vorgespräch gesprochen. Ich meine, dann irgendwann guckt man sich ja mal im Spiegel an und denkt, ja, hm, jetzt habe ich ja eigentlich alles erreicht. Ich meine, mehr als Welt gibt es nicht, Mr. Universe, weiß ich nicht, gibt es das noch? Ja, da bin ich dritter geworden. Da bist du dritter geworden. Okay, das war, glaube ich, der Arnie ein paar Mal. Ja, genau. Aber okay, spielt jetzt auch keine Rolle. Aus meiner Sicht warst du dreimal der Weltbeste. Genau. Und jetzt gehst du dann nach Hause und denkst, ja, was jetzt? Richtig. Und dann hast du dich ja irgendwann mal entschlossen, das zum Beruf zu machen, also jetzt nicht andere Leute zur Weltmeisterschaft zu bringen, sondern einfach das Thema Fitness, Kraftsport, Bodybuilding, in Anführungsstrichen, also zu einem Figurexperten und Fitnesscoach zu werden. Genau. Wie hat sich das dann geäußert? Hast du gleich gesagt, ich mache jetzt Personal Training oder hast du vorher mal als Angestellter im Fitnessstudio gearbeitet oder wie ging es dann weiter danach? Es ist immer so, ich weiß noch, als ich von der letzten WM dann nach Hause gefahren bin und dann so Wochen später dann so ein bisschen realisieren konnte, was ich da überhaupt geschaffen habe, da war bei mir immer so dieses Bild, ich weiß nicht, ob du Computerspiele gespielt hast. Ja, klar. Viel zu viel. Ja, ich als Junior dann auch quasi. Und dann war dann, ich glaube vier Wochen später war dann so dieses Bild so Game Over. Und da habe ich gesagt, da muss doch noch was kommen jetzt. Das ist doch jetzt nicht zu Ende. Was kommt denn dann noch jetzt, was das Ganze noch toppen könnte? Und ich habe bei der, nach der ersten WM, da habe ich angefangen BWL zu studieren und bin, das war 99, und bin dann quasi in meinem Fitnessstudio, wo ich damals trainiert habe, bin ich angesprochen worden von dem Chef. Da würden immer so viele Leute kommen, die würden immer fragen, ob ich ein Trainer wäre und ob ich dann da Trainingspläne schreiben könnte und Ernährungspläne. Gut, du warst bekannt, ne? Du warst schon Weltmeister. Ich war einfach überall bekannt halt, genau. Und dann war das halt so, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe und ich sagte dann, ja, wegen BWL und so, ich weiß eh nicht, ob das so das Richtige für mich ist, BWL-Studium. Und das, ach, Statistik ist ja auch nicht so das Richtige für mich gewesen. Das hat mich nie so richtig, hat mich nie so gefesselt. Und da hat meine Mutter gesagt, ja gut, wenn du das, wenn du vereinbaren kannst, dann mach das halt. Wenn du da Spaß dran hast und wenn das ist, was du liebst und wenn du Menschen helfen möchtest auf diese Weise, dann tue es doch. Ja, mehr als versagen kannst du nicht. Ja, und dann habe ich 1999, glaube ich, im Herbst irgendwann, habe ich dann angefangen, in der Fitnessstudio zu arbeiten. Irgendwie, ich glaube, am Anfang waren das so zehn Stündchen pro Woche oder so. Ich weiß es, ich kann es dir nicht mehr sagen. Habe dann halt Trainingspläne geschrieben. Bin immer da gewesen und habe dann halt wirklich Trainingspläne geschrieben, Ernährungspläne geschrieben. Und wenn ich dann immer privat da war, habe ich dann gesehen, was die Leute dann, die mit meinen Plänen schreiben, was die für Erfolg hatten. Alle kamen immer wieder zu mir und sagten, boah, Puli, das ist so geil, seit ich deinen Plan habe. Das ist so genial. Du musst mir wieder einen neuen schreiben. Ja, und so ging das irgendwie, glaube ich, ein Jahr lang. Und dann bin ich jetzt erstmal abgeworben worden, um in einem anderen Studio zu arbeiten. Ja, und das war dann so der Werdegang. Also ich bin seit 1999 irgendwie in der Fitnessbranche tätig und habe dann auch, ich glaube, 1999 meine allererste B-Lizenz gemacht, weil ich natürlich nicht einfach so unwissend starten wollte. Ja, klar. Um auch so ein Zertifikat zu haben, was man an die Wand hängen kann, kann man sagen, okay, ich sehe nicht nur gut aus. Also ich kann dir ja beweisen an meiner eigenen Figur, dass es funktioniert, sondern da ist auch für die, die es brauchen, da ist auch noch so ein Zertifikat. Genau, ha, genau. Dass ich Fitness-Trainer-B-Lizenz habe. Richtig, und das war so der Start. Und dann habe ich dann, ich glaube, irgendwann, ich glaube, 2001 oder wann war, habe ich mein Studium aufgegeben, mein BWL-Studium, habe ich dann abgebrochen, weil ich dann sagte, es ist einfach nicht mehr das, was ich will. Und habe mich dann halt hauptberuflich auf die Fitnessbranche gestürzt. Und bin dann wirklich unterschiedlichste Studios, einzelne, selbstständig, wie sagt man, einzelne betriebene Studios durch, in Ketten habe ich gearbeitet, überall. Ich habe in Düsseldorf irgendwann gearbeitet, war dann da, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr war ich da stellvertretender Salesmanager. Und das Ganze gedöhnt habe, auf der Trainingsfläche soll ich, glaube ich, Trainingsflächenleiter werden. Ich weiß das nicht mehr, wie das damals noch so war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin da relativ schnell einfach halt auch anerkannt worden und respektiert worden für das, was ich halt eben kann und was mich halt ausmacht. Und das hat mich immer wieder bestärkt, dann da auch weiter dran zu arbeiten. Und das war ja dann auch der Grund, irgendwann dann auch zu sagen, ich will das nicht nur allgemein machen, ich will das halt wirklich individuell machen. Und darum war dann auch irgendwann so dieses Personal Training, die Personal Training Idee geboren. Die aber, muss ich dazu sagen, vor ungefähr so zehn, zwölf Jahren noch so eine, wie sagt man, so eine Idee war, so eine fixe Idee, die man eigentlich in Deutschland noch gar nicht so an den Mann bringen konnte, weil es einfach noch nicht so war, wie es jetzt heute beispielsweise ist. Also vor zwölf Jahren konntest du dich Personal Trainer nennen, aber du hast wahrscheinlich wirklich nicht viel damit verdient. Und das war auch dann der Grund, warum ich einfach sagte, ich bleibe einfach festangestellt und gucke mal, wie sich der Markt weiterentwickelt. Der ja mittlerweile ein ganz anderer ist, als zu meiner Anfangszeit der Markt war. Ja klar, logisch. Das heißt, du bist dann ins Personal Training eingestiegen und dem bist du ja auch bis heute treu geblieben. Genau, ja genau. Also wo ich einfach merke, ich kann Menschen, ja du musst dir einfach vorstellen, du kannst doch Menschen viel, viel mehr helfen, wenn du die wirklich begleitest, als wenn du einem einen Plan schreibst und dann sechs Wochen später oder zehn Wochen später wieder guckst, wie es passiert, was dann passiert mit denen. Bei meinen Klienten ist es so, dass man halt eben sich wirklich regelmäßig sieht oder ich habe immer regelmäßig Korrespondenz mit denen, wenn ich die im Online-Coaching oder im Abo beispielsweise habe. Und habe einfach da wirklich diesen Betreuungsschwerpunkt, den ich setzen kann, mich auf jeden Menschen gezielt konzentrieren zu können. Der hat mir damals in der Fitnessbranche an sich wirklich gefehlt, weil ich einfach, ich sehe, dass der Erfolg größer ist, wenn die einfach mehr Zeit mehr verbringen können, die Leute. Wenn die mehr Zeit mit ihrem Personal Coach verbringen können, werden die Erfolge einfach exponentiell steigen. Und das war der Grund auch für mich dann auch im Personal Training wirklich viel Zeit zu investieren, meinen Klienten zu helfen und da wirklich zu gucken, dass jeder Klient, der bei mir ist, auch entsprechend Erfolg hat und dass ich das bestmögliche rausholen kann für jeden Menschen, sei er noch so individuell, wie er auch ist. Und das macht auch einen großen Anteil der ganzen Freude an diesem Job halt eben, bringt er mit, weil ich einfach merke, ich habe so dieses Gehen, was man braucht, um einem auch wirklich Menschen helfen zu wollen. Es gibt ja auch Coaches, die ich auch kenne, die ihren Job machen, weil sie ihren Job machen müssen. Und da sehe ich den grundlegenden Unterschied. Ich tue doch das, was ich liebe. Tue ich doch viel, viel besser. Das mache ich doch viel besser, als wenn ich was tue, was ich tun muss, um beispielsweise Geld verdienen zu müssen, weil es halt so ist, weil man ja Geld verdienen muss. So, meine Lieben, das war es jetzt mit Teil 1. Wie das so häufig der Fall ist, es hat heute echt lange gedauert, aber es war so spannend und ich glaube, man sollte immer dann aufhören, wenn es Sinn macht und nicht, wenn es am schönsten ist. Es war nämlich wirklich am Ende sehr, sehr interessant, deswegen habe ich das wieder natürlich in zwei Teile zerlegt. Jetzt im ersten Teil hast du ja viel über Poli erfahren, wie er überhaupt dazu kam, warum er Krafttraining für sich als Leidenschaft entdeckt hat, warum er dann Weltmeister werden wollte. Das war sehr viel Information über ihn, aber ich denke, das war sehr spannend, um auch zu zeigen, dass er Ahnung davon hat. Und wenn du dir das Podcast-Cover anguckst, wirst du ja sehen, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Und jetzt im zweiten Teil werden wir ein bisschen tiefer darauf eingehen noch, wie du jetzt selbst loslegen kannst. Das heißt, wie kannst du jetzt bestimmte einzelne Dinge für dich umsetzen? In den Shownotes wirst du dazu auch ein paar Tipps finden, fünf an der Zahl. Und wir sprechen jetzt im Einzelnen über die Tipps. Das heißt, welche Übungen sind effektiv? Welche Frequenz und wie oft solltest du erholen und Pause machen etc.? All das und mehr wirst du dann morgen in Teil 2 erfahren. Also bleib unbedingt dran, es lohnt sich und ja, hab einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.